Guten Tag, mein Name ist Nicola Lange und ich spiele eine kleine Szene aus Friedrich Dürrenmals, Besuch der alten Dame. Ich soll das Geschäft übernehmen? Ich soll das Werk kaufen? Das Werk gehört mir bereits. Wen denkt ihr eigentlich mehr vor euch? Jetzt appelliert ihr an meine Menschlichkeit. Ihr. Wo war eure Menschlichkeit? Damals, vor 25 Jahren, als man mich aus der Stadt gejagt hat, als vor Gericht an mein Eid gegen mich geschworen wurde, als ich verhöhnt und verspottet wurde. Keine hilfreiche Hand hat sich mir entgegen gestreckt. Niemand hat für mich Partei ergriffen. Und niemand hat mich unterstützt. Das Kind, das ich in mir trug, hat den Unfall nicht überlebt. Ich schon. Aber ich kann seitdem keine Kinder mehr bekommen. Und jetzt appelliert ihr an meine Menschlichkeit. Ich führe jetzt das Geschäft. Nach meinen Bedingungen. Gülm hat mich zur Hohre gemacht. Und jetzt mache ich Gülm. mit mir kommt eine Brühe. Vielen Dank. Tschusss. Und dannなる Kanal Möchner.